Viele wollen, dass Wednesday mit Tyler oder mit Xavier zusammenkommt. Aber was ist mit der dritten Option? In vielen bekannten Internetforen hat sich mittlerweile ein Pairing an die Spitze gekämpft. Nämlich Wednesday mit Enid. Die unzufriedene Wednesday wird an die Nevermore Academy geschickt und muss ihr Zimmer mit Enid teilen. Beide sind sich von Anfang an nicht grün und nachdem sie zu Beginn Drohungen ausgetauscht haben, wird Enid in der ersten Staffel langsam aber sicher zu der besten Freundin von Wednesday. Geheimnisse lüften, an Veranstaltungen teilnehmen und noch mehr. So rettet das junge Werwolf-Mädchen Wednesday sogar das Leben, indem sie es mit Tyler in seiner Heidform aufnimmt. Am Ende der ersten Staffel fallen sich beide Mädchen in die Arme und nun stellt sich die Frage, ziehen sich Gegensätze wirklich an? Ich meine, zwischen der düsteren Wednesday, die immer schwarz trägt und der freundlich aufgedrehten und immer farbenfroh Klamotten tragenden Enid, gibt es mehr als genug Gegensätze. Eine interessante Möglichkeit, wenn es nach Wednesday-Darstellerin Jenna Ortega geht. In einem kurzen Interview mit Pride sagte sie, in einer perfekten Welt würden am Ende Wednesday und Enid zusammenkommen. Selbst den Erfindern der Serie, die gerade fleißig an den Drehbüchern für die zweite Staffel schreiben, ist dieser ganze Wednesday-Cross-Enid-Hype nicht entgangen. Al Goff sagte dazu in einem Interview, dass die Freundschaft zwischen Wednesday und Enid ein essentieller Bestandteil der Serie ist. Und es freut ihn, dass die Zuschauer so sehr mit den beiden mitfiebern. Die nächste Geschichte wird wieder beide im Mittelpunkt stehen haben. Auch ob die beiden tatsächlich zusammenkommen, schließt er nicht aus. Denn er sagte weiter, Wir haben eine Roadmap und wir möchten, dass die Routen auf dieser Karte in unerwartete Richtungen führen. Wir sind also offen für alles. Ob es also tatsächlich zu diesem Fantraum kommen wird, bleibt abzuwarten. Wie sieht es mit euch aus? Welches Pairing bevorzugt ihr? Tyler, Xavier oder doch Enid? Schreibt es gerne in die Kommentare. Bitte liken und abonnieren! Bis zum nächsten Mal!